Die Heidelbeere wird ja auch gerne Superfrucht genannt. Einmal schmeckt sie natürlich super, das ist damit aber nicht gemeint. Sie ist reich an Mineralstoffen, Eisen und so weiter, hat sehr positive Eigenschaften auf den Verdauungstrakt und weiterhin sorgt sie auch für eine lange, jungbleibende Haut. So, wenn ihr jetzt die Heidelbeeren gekauft habt und für den Fall, dass noch welche zu Hause ankommen sollten und nicht zwischendurch alle aufgenascht sind, dann können die durchaus sehr gut im Kühlschrank noch bis zu einer Woche aufbewahrt werden und bleiben genauso knackig wie sie eingekauft haben. So, die Heidelbeeren kann man hier ganz herrlich einfach so vom Strauch wegnaschen. Wer allerdings die Heidelbeeren vor dem Verzehr waschen möchte, sollte das wirklich erst ganz kurz davor machen. Zinn6 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 Vielen Dank.